Nehmt noch Wasser, nehmt noch einen Wegschokoladenduft anhaftet, so. Falle sind raffinierte Konstruktion aus aller Wildsmaterialien. Parabrübten weichen Schlumpfschuhe, wollte ich jetzt gerade sagen. Naja, der Indianer. Saftigen Büffel, beiden auf den Weiden, Grasflächen der Bredi. Wovon das wird ihr auch kaum welche finden. Wie verdächtig! Nach Auslander Exonentum! Komm, langt heim, wie richtig? Aber Schatz, wer sei vorbei ist, dann will ich hier eine Woche lang jeden Tag Sauerkraut. Oh, und Knödel. Und Weißwurst. Ähm, scharfe Nase, Kaifer, der ins Bleichgesicht in sein Zelt haben wollen. Ihr gehen. Alter, fick dich. Ich muss jetzt langsam entscheiden, ob ich Schlitzplein will oder Pornos runterladen. Mein Herr, seien Sie sich sicher, dass wir nicht gekommen sind, Sie zu schädigen. Ha, die Indianer wissen, das Bleichgesicht in mir gespaltene Zunge reden. Ihr gehen. Ich rede mit meinem Kehlkopf, du vollidiot. Und, ja, wie auch immer. Oh, jetzt wird so gruselnd. Möchtest du das Bleistchen etwas frisch getrocknetes Büffleuch von alleine? Bleist du bereit? Mein Eifer, Bockwurst, in den Krieg zu ziehen! Bockwurst, was ist das für ein Tier? Das wäre das eine unserer heimischen Dekartessen. Man nimmt ein Schwein, zackt es bis auf den letzten Krümel und presst den Brei in den Darm des Tieres. Ha, 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 ha. Herrlich. Was ist das für ein Gesicht? Geht doch nicht selbst dazu! Kurz vor der Knochen und Sehngeflecht gelöst. Büffel, Fleisch, Streifen, wir hätten das noch mehr getrocknet. Hier wird alles von unserem letzten Quäntchen verwertet. Wirklich, das sehen niemanden die Details. Sieht aus wie ein Totenkopf. Na, 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 na. Er ist von unserem Totentier gerissen worden. Totemtier. Hey, wie mein? Er war mit Bergen auf den Pirsch, als der große Bär schien. Er stengt, ihre Geiste zu vereinen, ging der Bär auf ihn los. Ich fühle, dass der Tode meines Mannes wurde von einem bösen Geist gefallen. Ja, na, na, und nun? Ein Geist über das Totentier besetzt hält. Mit Unglücke über unsere Tibi schweben. Wo es der Geist muss aus dem Bär vertrieben werden. Wie soll das bewerkstellig werden? Du bist aber wenig, bleiches Gesichter. Geist lässt sich auf den Vertreiben, wenn die tapfere Krieger zwingen. Jemand müsste den besessenen Bären zum Kampf stellen. Außer deiner Höhle in den Bergen. Doch nur wer die Zeichen kennt, wird den Eingang entdecken. Es sind drei Büschen, die den Weg weisen. Toll. Fieber, Fieber, hm. Medizin. Braucht ihr eh nicht. Ach, und? Ui, wie schade. Hier wird gar keine Leckerei zubereitet. Ja. Trug Augapfel-Marmelade. Mmh, lecker. Ahem. Höchster Zeit keine Püffelhoden. Ha, habe ich selbst schon. Moment, sind die größte Sauberkette von den Mokassins. Hey, lauf nicht einfach durch mich durch. Das Weg, bleiches Gesicht. Err. Kleiner Donner muss die Geist um schöne Püffel für eine Ex-Jagd bitten. Halt mal da, du hier. Ah, nee, du. Was für ein Glück. Der Pferd ist viel leichter, sage ich, eine Püffelere aufzuspülen. Ist das ein Wink mir, dass ich mir ein Pferd holen soll? Okay, ich werde mein Pferd holen. Was ist das für ein Hund? Das sieht so aus, als würde ich auf Schienen laufen. Hä, wie komme ich denn da rein? Ach, da. Wer wild zu schätzen weiß, der kann kein schlechter Mensch sein. Hey, das ist kein Reim. Ich habe mich auch hier reingefreut. Ja, ich freue mich schon auf die saftigen Tatsen. Mhm. Bevor ich jetzt irgendwas Unentscheidiges sage. Beklaue ich lieber mal den Hauptplan. Du, der hat nichts von Interesse. Da ist auch nichts mehr drin. Falls in alle echtes ein Hunter worden von hoher Qualität. Eine Art Kräutertee mit irgendwas Muffing darin. Mal ehrlich, du hast wirklich bessere Wachen. Ach ja, noch nie Rambo geguckt, oder was? Was machen freche Bleichgesichter? E-Mini-Tus-Zelt. Schrech-sprech-sprech- Heimani-Tus. Und wer, sieht ja gar nicht aus, wie ein Franzose. Das Bleichgesicht, zu viel Dämpfer eingeatmet. Nein, der ist von Haus aus so dämlich. Gibt es denn alles, ob du uns zu gucken? Ein Medianer, eben mit mir alles vorgestellt. So, wie Franzosen. Verschlieferabend, ist alles zu zu trauen. Alles. Ekelhaft. Scheiße, keine Kamera, ob das könnte ich aufnehmen. Und rein schneiden ins Let's Play. Eich fühle ich das Gespräch mit diesem Herrn lieber weiter. Sie haben ja schöne Ausliegwaren. Sie sind an die wunderbaren Fälle gekommen. Will die du der größte Eger all die Jahre sein? Wir haben alle diese Bären selbst geschossen. Nein, er wirkt. Gutgütiger. Was soll ich aber auch sagen? Was für eine Sitzentierküllerei? Was soll ich denn sagen? Sie sind gelächter. Das Herrschaft war ein Wasch, echter Held zu sein. Alter, alter halber Mann reden die Wahrheit. Halb und alt. Mein Held also. Na dann, sei backen. Und mitkommt, Kerl. Ein Kampf gegen was sollen gebrauchen. Ja, ja, kennen wir schon alles. Ganz nach Angelegenheit der Bleichgesichter klingen. Wie die du kein Interesse haben. Aber naja, die Lage ernst sein. Ach, war ich auch schon an, vorhanden zu reden. Warum soll Willi2 denen helfen, die seine Brüder abschlachten? Nein, aber du mal wilder! Er soll nicht zusammen mit den Martianen! Er soll gegen sie kämpfen! Willi2 schon sehr gut verstanden haben. Aber Willi2 sich weigert, es dann mit verruchten Bleichgesichtern in die Schlacht zu ziehen. Aber warum denn Herr Indianer? Das soll doch zu erklären sein, wie die du doch bereits gut gesagt haben. Wir sind wohl weit hergereist. Der Mut ihres Volkes bis an unsere Künstliche... Ach, Künstliche... Ach, leck mich. War die Kunde falsch? Soll der Kriegsmodinian etwa alarmt sein? Du, Willi2 sein eigenes Zelt belegen wollen? Ich zeige, wie tapfer... Haha, du gefallen, Willi2! Scheint zu wissen, wann Zeit für welche Worte ist. Also gut. Weißt du nicht, wie andere Bleichgesichter sein? Willi2 euch erzählen werden? Was ist ein Schmerz? Warum löschen wir sowas nicht? Wer dazu teilt, soll unheimlich Geschichten erzählen, Fackel, um ihr Gesicht halten kann. Ich sehe eindrucksvollen. Danke sehr. Nun hört, Bleichgesichter. Zeit, als der Windgeist der Vredi, den großen Vater, Fluss und Weder, das Aser hoch über den Ebenen schwebte. Die Büffel ihre Köpfe richtig durch Sonne wandten, da es geschehen seien. Äh, wann bitte? Vorgestern. Aha, verbrackt! Willi2 als Spitze eines Streifstuts auf Büffeljag gewesen sei, daher haben die Schandteile entdeckt. Wir drei unserer Krieger tot im Glas gefunden haben, mir geschossen von Flitten des weißen Mannes. Pferdespuren der Heimtück und Spreichgesichter genau in Richtung Volkaster führten. Möglich, ich doch nicht nur noch vor, hier, auch ein Irrtum vor, Herr Indianer, vielleicht. Willi2 besser Späße eines Stammes sein. Spuren eindrucksvollen gewesen, weißer Mann totgebracht. Willi2 nur noch seinen Tee zu Ende kochen und dann das Kriegsball ausgraben, beim Manitou. Vergelebt ihr das Licht wieder an, wenn sie ihre Ferkel löschen? Alle geheimen, was rätselhaft der Indianerweisheit sein. Erfeige überlaufen Indianer alles andere als geheimnisvoll. Sagt nur Botschaft der Bleich. Gesichter, ja, ja. Aber wenn sie nichts dagegen haben, sehen wir uns zu Ort des Geschehens auch noch einmal an. Ich will nichts unversucht lassen, ein mächtigen Krieger, viel Sinn zu gewinnen. Was zu glauben, in einer Augen mehr sei können als Willi2, dann muss sehr enttäuscht werden. Oho, ich bin der Reiner, das Risiko nehme ich gar nicht in Kauf, sondern ich wieder ein wenig rumschlüsseln, umherschlüsseln darf. Ach so, so ist, ja. Wie gesagt, das wird heute nichts mit sprechen und so. Es sei so, bei Manitou, an dieser Stelle ihr unsere toten Krieger finden werdet. Das muss nur auf der Karte verzeichnen. Haben wir der Amstattwahl was so in der Friede gelassen, Herr Bilder? Das nur noch tote Hüllen seien. Geistlängs 1 geworden, Gesang der Lüfte geworden, äh, ach ja. Nun geht, wir tun überlegen müssen, wo er Kriegsweil vergraben hat. Ja, ja. Grab dir nochmal den Klappstuhl aus. Ich gehe mal wieder weiter. Aber erst mal kaufe ich mir ein paar Pferde. Damit ich auch irgendwann mal diese Büffel alle finde. Ich brauche ja irgendwie 50 Felle oder so. Ja, ja. Bla, bla, bla. Ja. So, was ist das hier? Tatort. Vielleicht auch, dass die Tatort auf irgendeiner Art und Weise gleichen. Ja, ja, sieben alles, eh, wir bringen die Leichen. Irgendwie, ach. Sollten wir uns einmal alles genau aus dem Augenschein nehmen. Vielleicht gibt es irgendeine Parallele. Sehen Sie, Lüx, erschossen worden. Sehen Sie, Lüx? Dann sehen Sie das, Herr Leutnant. Mut, Lüx, bin es immer in die Schussrichtung, aus dem Körper. Ganz simpel, Faustregel. Das kannst du dir auch so merken, dass wir gerade heute seit genau einem Monat zusammen sind, als der Fälle vergessen zu haben. Äh, was wird's? Soll ich nicht, Teichhren? Aber, äh, ein eigenes Präsent besorgt. Da, Herr Gande vom Schöne Brosche. Ich habe ja aufwechslung von dir, Liebste. Bin ich schon lieb, dass ich so schlecht von dir dachte. Was ist nicht einer der Patronen aus der Kuppelkanone, Herr? Mund halten, Kerl! Ja. Schönes Geschenk. Muss ich mir immer merken, wie ich meine Freunde wieder habe. Wieder mal. Ach. Ernst, wo du hinderwegs erschossen bist, da nicht festzustellen. Hm. Ich würde mich ärgerlich auf diesen Pferd spulen, diesen Tag karlösten. Rückgang, Art! Geh mir weiter! Hielt ihr länger an! Brut mal! Das Pferd wurde hinter diesem Pferd verbogen! Oder heimliche Stütze auf der Lauer lag! Nein. Das ist mir dasselbe. So, war da noch irgendwas? Hm. So, die Pferde, die ja Hommage verraten, wie ich bin, die Seite, okay. Kann ja von da hinten, hinterrückst erschossen worden sein. Der müsste ja dann irgendwo hier gewesen sein. Aber da ist mal wieder nichts. Natürlich nicht. Okay, wir reiten erst noch weiter. Pferd. 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 weg ist es bevor kann unmöglich in der schlussburg sein zwei schau ich mich schaue ich vor mir gezeigt haben wir scheinen tatsächlich überraschung zu verbergen ich wollte aber hoffe wir stehen liebste auch auf sie ist weit über den tatorten um allgemeinheit ich hätte mich auch einmal über ein wenig anerkennung von kein voll original indianischen ursprungs sagt er nicht zu dem pfeil nein 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 ja ich möchte weiterleiten da noch mal was ein leutnant obwohl ich mir den schmutter herr mal sehe der ganze stau ist auf Schau dich von beiden Taten und eindeutigen Hufabrücker fest! Es... AHAH! Schau doch die Selben zu sein! Du meinst die Hufabrücker stammen von dem selben Hufabrücker? Achso, bei den Totideanern? Wie war der Kameralisten, der ist noch nicht bereit, dass er ein Fingerspiel? Achso, es ist mehr wie das Hufabrücker in Erfahrung bringen, liebe Freunde. Fusserbrocken als Verdächtigen. Sie müssen sich doch einfach anfangen lassen. Ja, wo wir jetzt wohl hingehen müssen... Ist jetzt nicht so schwer zu erraten. Ja, wir müssen gleich wieder die Stadt verlassen. Der gesuchte Gangster... Ist gefährlich... OMAH! Eisenopfer! Kannst du dir das Hufabrücker erzählen? Ja, ein schlechter Schmied. Könnte ich jetzt nicht, Mister. Sehen Sie, hier ist Hufabrücker seine eigene Natur. Da gibt es... Rechtlich! Also! Hab folgende Abdrücke gefunden! Schreibt der Schmied sehr denadierte Charakteristika... ...Hufeisenabdrücke, Winkelwölbung, Nagelzahl, Randgrat, Schenkellänge, Abdruckfläche und und und. Pferden kann ich mich so sehr... Sieh sich aber aus, Mister! Ich hab mir so ziemlich jeden Gauernkreis von hundertmalen beschlagen. Und dank ihrer Beschlagung soll ich doch eigentlich die Hufabrücker entsprechende Pferde zuordnen können. Lass mich überlegen! Oh ja! Also das Pferd ist alles Smith! Wir haben jetzt kürzlich neue Eisler angeschlagen! Oh Mann! Ich beschwöre sie! Sagen Sie es rasch, wo wir diesen Smith auftreiben können! Sei es das das! Und im schönen Sliver Lake im Haus neben der Pferdekoppel! Koppel! Wer bedankt! Oh die Partner! Kommen wir noch einmal für die Pferdekoppel danken! Ja! Halsabschneider! Jeder! Karl! Wollen wir rein! Anfangen entgegenzunehmen! Hab jetzt! Bred ich euch! Ist immer noch verriegelt! Felsenfest verschlossen! Damn! Sie konnten mir folgen! Das Wunder nicht! Du hast direkt hier reingerannt! Ich habe keine Vorträge! Lass die Schliffel lieber wieder aufschießen! Na gut Partner! Und danach reden wir nochmal über deine Flucht-Taktiken! Präriestrolch! Sind das jetzt neu oder waren das dieselben wie beim letzten Mal? Ach komm was soll's denn? Oh ich hab recht wenig Energie! Warum hab ich so wenig Energie? Oh Gott! Weiß gar nicht! Sind das die selten? Kälte! Feuer und Donnerschläge! Blindheit! Äh ich glaub das sind die selten ja! Aber schön dass wir uns das nochmal angeschaut haben! Kann ja nicht schaden ne! Und jetzt machen wir sie platt! Mäh! Wie's nervt! Ach! Kuh auf dem Hals! Ach! So kleine Mädchen! Wie die leben immer noch? Naja! So gut! Dann hätte ich diese zwei Probleme erstmal erledigt! Ein Knallfrosch! Als wenn ich nicht selbst einer wär! So alles mit kippslichen Lebensstrang! Bedrohlich schlechtes Blatt! Wächst! Schatz! Wenn du wirklich versuchen könntest an die zweiten Flasche reinzugehen! So sind doch vier Flaschen! Haha! Gebt acht! Was ist das? Was ihm herausfindet dass das Steckmitte in der Stadt liegt! G.H. Hat erkennbar nicht geklappt! Ja! Für seinen eisernen Zimmerschlüssel! Eiserne V-Auswert! Die Tür öffnen! Schränke hätte nur noch wertlosen Plünder! Aber bevor ich jetzt weitergehe und es wieder vergesst! Oh ich habe schon Gruppenheilung 3! Wann habe ich das nicht bekommen? Und so sagt man das wieder niemand! Und... Ja... Keine Ahnung... Ähm... Ähm... So sagt einer an! Es wird beinahe wie die Abbrechung für eine Rollüberwandte! Denn der hat drei Seiten zwischen Bangescherl und Bannversteckung unterzubringen! Möge sie wird gerade auf den Grund gestoßen, warum das landweil gesuchte Mex... Der landesweil gesuchte Mexcaf noch nicht gefunden wurde! Er sucht direkt vor der eigenen Nasenspitze! Schlau schlau Fremde! Es gibt doch einen weiteren Grund, weshalb er versteckt bislang. Geheim geblieben ist! Ja, als ich immer gestakrieren, der meinen Wege zu nahe kommt! Nein! Diese Antwort lässt sich kaum als toll nicht originell bezeichnen! Als er dann überhaupt wirksam kann! Ich packe dich einzigliere meine Sträuche! Äh... Hatten wir eben nicht erst! Nein! Weil... Ja! Oh mein Gott! Ich bin so hoch! Oh mein Gott! Was soll denn das? Was sollt ihr nicht töten? Ihr sollt sterben! Ja, warum ich jetzt plötzlich wieder draußen bin, kann mir auch niemand erklären, ne? Oh mein Gott! Und warum beim Flammenenfernungen durch die halbe Stadt wieder brennt, kann mir was zur Hölle! So war das nicht geplant So, Moment Eine Ohnachtbeendung 3 Hab ich noch nicht Verwundet? Ach, ich kenne solche Das sind doch alles arge Sträuche Nee Schauen wir doch mal Jawohl, das reicht Und das reicht auch gut Ha, kriegt heißen doch noch Erfahrungspunkte, oder? Verdammt Gut sortiert Bandenarchiv der Max-Garf-Bande Max-Garf Was auch immer Mit seinen eigenen Zimmerschlüssel Ah ja, richtig, wir haben ja keine Kombination dafür So, fertig, raus Raus Mit der Maus Äh, was auch immer Nein Du, ist felsenfest verschlossen Ja, die gefährlich-Molz Den Kopf ist so heftig Das muss ganz natürlich aussehen Wenn die Leute weiter denken Das Haus von Liebe Altmuttchen bewohnt Halt, diese Klaschen Hier zu suchen Einige Den können wir den Kopf Auf unnatürliche Weise Art verdrehen Aussi Äh, gegen was waren die jetzt wieder schwach Ach, stampfen ist immer gut Ah, ich glaub Was, Faustschlag? Was, Schulterrammel? Ach, komm, passt schon Passt schon Alles drauf Einfach nur Das reicht doch Okay, das ist sehr ineffizient Das ist noch ineffizienter Na, wenigstens sind sie geschockt Na, was doch die Schulterrammel Äh Es reicht für heißen Froschsturm Ich brauch nur was Größeres Na, ja Komm, mach die Schlümpfe platt Ja, das ist schon effizienter Das ist auch nicht effizient Das ist super Nichts ist effizient Normale Angriffe sind effizienter Der Gift ist ja auch Nichts ist tot Krischer Treffer mit dem Granatwerfer Ja Das liegt auch eigentlich Was hat denn der Clan Der Prägemann Da wieder zu tun Ist der Großhaus Möchtein ist die Bösewichte Einfach nur die Biene Ja, bestimmt Finde sein eisernes Zimmerschlüssel Na, wie überraschen Aber wieder da aufgetan Mal lieber Ganz nackt Sehr kass, schnell auf Ja, ausgeregt Grund bis jetzt Sehr ausgeregt Grund bis jetzt Bild Raum genug Für die ganze Stadt Mitten im medialen Gebiet Ach ja, richtig Ich mach mal dasselbe Wie kreativ Beiden Seiten dasselbe zu machen Du hast keine erst Richtig statt Zinsen, Schatz Ist das nochmal genug Ja Brrrr Was für ein Übelhart Silberleger Wo die Fassade Heilen Welt geboren Wenn er das Böse Seine Pläne schmiedete Es ist nur eine alte Frau Puppe Seine Zwecke ein Ist er drin schlafen? Nein, nein, nein Ich lebe mich Die fremde Betten Spielverderberin Halt Er kann nicht heilen Er ist unfäh So, einmal hochgeheilt Und durch die nächste Tür Ha, jetzt ist er keiner in der Falle Bluchzeit Egal, nicht aufzuhalten Am Projekt Fragen Nein Freut mich schon Ob vorbei ist Das Gegenteil Packt sie klar, Leute Ach Schon wieder solche Pfeifen Es ist wirklich Unglaublich Spannend Ja, ja Wenn dem Entwickler nichts Neues einfällt Dann wird immer die Standardgegner 2 Milliarden Mal recycelt Den Final Fantasy VII Gott, war das Spiel grauenhaft Ich verstehe nicht, warum es alle so gut finden Gut, ich habe es auch durchgespielt Mit Cheats irgendwann Das war einfach Nerv töten Läuft zwei Schritte Gegner Zwei Schritte Gegner Zwei Schritte Gegner Ja Das ging die ganze Zeit So So Noch mehr Pfeifen tot Ähm Was war gestern Im Präbiband ausgestaltet Palio Klan Schuhe gleich dazu Ausbeersprache stolz Secken sie aus Nehmen wir endlich Die Maske ab, Karl Willst du was sehen Wenn ich über die Klingel springen lasse Hä Er Wie denn Was denn Überrascht Nein Das war einfach dumm Warum steckst du ja immer das Kino in deinem Kostüm Wenn du das Kostüm auch noch in der Maske hatte So einfach, Dummchen Der Hand durfte nie mit zu examiner Erbindung verbracht werden Also hat er noch nicht schönen Plan geführt Maske und Pläne Wer gleich Kino Das war klar, sechs, Karl Es wird hier gespielt Klar hat seiner Kleidhof ein wenig Verwirrung gesorgt In der Hoffnung Führung Scholker weißen Jana ermordet In der Hoffnung Sie fielen übereinander her Soll ich nun den Plan erzählen Oder wohl sie Also Wenn sie jetzt zwischengefunden Es sei ein hübscher kleiner Krieg in der Prede gekommen Die alle hätten selbstverständlich gegen die Können wir verloren Sie hätten den Klan endlich den Platz für seinen langen gehickten Traum verschafft Ich hätte ein zittriges fanatiger Beben in der Stimme Das ist gut so heiß Wer hätte eine Klanstelle errichtet Ein Platz, in dem unser Gesetz gilt Stelle reinheit und auslese Und ein Stückstück dabei erbrachte sie mir den gestohlenen Geld aus Zwang zu finanzieren Durch sieben Stück sie schuft Danke sehr Ich habe irgendwo im Mittelteil Den Erschluss verloren Wo steht nochmal der Feind Spender Schatz Ich möchte nur zu gern wissen Was sich unter der Maske verbirgt Niemals Ich werde ich niemals preisgeben Und war sie gewonnen Kalt Wer muss einem Befehlen nachkommen Oh je je Jetzt trampelt wieder alle auf mich herum Zappolo Igo Ertappt Mächtiger Meister Ich habe diesen fürchterlichen Licht aus den Augen Und wir sehen weg durch den alten Schwarz Spricht Ich wusste, dass der Meister ein tüchtiges Seelen beschafft hatte Ich wusste es Was sie ansehen, Kind Zurück, geil Geist wieder mehr Aus der Obrigkeit ausgärtig zu werden Das war eine trollige Vorstellung Ein Igo gefangen nehmen zu können Obt ihr etwa Ihr hättet gewonnen Jetzt schon, Herr Leutnant Habe ich etwa meine Um-Mäntelungen entledigt Und mich zu enttarnen Nein Jetzt werden wir einfach zu Für das hinderlich Ja, einfach nur für das hinderlich Was ich nur unternehmen Ich denke Was sind denn da zusammen Kerl Hände hoch Aber zack zack Hände soll ich heben Ha Ja Seht auf diese Hände Angeber Meine Güte Wer ist dein Dein Flurgespickte Bettverleger Attacke Allein ist, was man da speichern Muss, kann, soll, darf Bei diesem Anblick Bin ich überhaupt unheimlicherweise Heimblatt nicht zumute Ich schätze den ganz nett ein Soll ich machen Ich versuch's noch jetzt